Es ist Zeit für eine kleine sprecherzieherische Exkursion. Zehn zügellose, zahnende Zuchtziegen ziehen zehn Zentner Zucker zum Zossener Zoo. Dieser Ausspruch stammt von Epikur. Epikur ist einer, den Paul bewundert. Dieser griechische Philosoph lebte zurückgezogen und propagierte dennoch oder gerade deshalb die Lust als oberstes Gut. Epikur als zügellos schwelgender Genussmensch, einer, der in der Lust ein beständiges Wohlgefühl sah, eine Achtung ausgeglichener Ruhe, die, Achtung, unerreichbar ist, wenn man jeder Begierde nachgibt. Pauls Musik fördert Zügellosigkeit. Bei ihm selbst und bei Ihnen. Gehen Sie vorsichtig damit um. Nicht zu viel auf einmal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020